Willkommen zum Katzenspaß, Leute. Ich habe diesmal mal wieder versucht, ein paar Nahaufnahmen zu machen. Das ist so mittelmäßig geglückt. Macht euch am besten einfach selbst ein Bild. Das hier ist Jackys Ohr. Leider ein klein bisschen verschwommen. Die Entfernung hier ist so ziemlich das nächste, was ich hinbekomme, ohne dass es unscharf wird. Das hier ist nicht wirklich eine Nahaufnahme. Hier liegt Jacky einfach nur auf meiner Hand. Aber das hier ist wieder eine. Hier ging es mir um Jackys Nase. Die habe ich aus ein paar verschiedenen Winkeln aufgenommen. Hier von unten rechts und hier nochmal Frontal. Die Pfoten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das hier sind seine rosafarbenen Hinterballen. Und hier noch ein kleines Nasenfoto. Das wäre es auch schon für den heutigen Katzenspaß. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Oh, und ich hätte es tatsächlich fast vergessen. Lasst euch nicht kratzen.